Wir haben uns für Blue Seal entschieden, weil wir hier eine technische Herausforderung hatten. Da hatten sich die Sicherheitsanforderungen an das Quench-System verschärft, so dass das alte Quench-System nicht mehr verwendet werden konnte. Und jetzt sind wir glücklich, dass wir dieses Gerät haben und dass wir kein Helium mehr nachfüllen müssen. Ökologie ist natürlich auch ein Argument für mich gewesen, mich für Blue Seal zu entscheiden. Der Helium-Gehalt des Gerätes ist deutlich geringer als bei anderen Geräten. Und vor allen Dingen Helium ist eine Ressource, die auch nicht unendlich auf der Erde vorkommt. Für mich als Benutzer kann ich keine Unterschiede zwischen Helium-freiem System und einem System, was Helium benötigt, erkennt. Die Bildqualität, das Handling ist im Prinzip für mich als Benutzer gleich. Euer von?